We are here in Iceland because here is an amazing analog site to Venus. Hier auf Island ist es gerade so, dass es DLR beteiligt ist, die ESA ist beteiligt. Es ist eine Satellitmission, die Envision heißt. Die NASA ist auch mit daran beteiligt, mit einer Satellitmission, die Veritas heißt. Sie sollten beide zur Venus gehen. Und der Ziel ist es, um diese Satellitmission zu verstehen, was wir sehen von Venus in der Zukunft, wo unsere Mission auf die Planeten kommt. Was wir wollen verstehen, ist, welche Art von Lava Flows wir haben auf Venus. Wir haben Radar-Daten von Venus, wir sehen die Radar-Signature, aber es ist nicht ganz klar, wie schnell sie sind. So ist es diese Rauble, ist es diese Rauble, ist es diese Rauble, ist es diese Rauble, ist es diese Rauble. Wir sehen uns, was wir bereits in der Vergangenheit haben, und was wir bekommen von der Zukunft, in order zu verstehen, welche Art von Lava Flows existieren auf der Venus. Mein Name ist Steven, ich bin von der DLR, und ich bin ein Teil von dem Team, das dieses Kamera-System, das in den Neoninfrared measures. Wir haben sechs Bands, und diese sechs Bands werden auch auf einem Instrument, und das ist die Vemmulatur, weil es die Vemmulatur, die Vemmulatur ist. Und die Idee ist, dass wir das Instrument, das Instrument, das Instrument, die Vemmulatur, die Vemmulatur, und das Instrument, die Vemmulatur, die Vemmulatur, weil es das Instrument emulatet ist. Und wir wollen, dass wir verschiedene Volcanische Raubleien sehen, und sehen, was wir in diesen Bands sehen, so dass wir wissen, was wir in der Zukunft sehen, wenn diese Mission tatsächlich fließt. Was wir immulatur sind, ist jetzt eine Fumeral, so dass wir basaltische Lavaen umbauen, und dann ein Bereich, wo es der Gas ist, als die Lava ist, kann man es gehen und rauskissen. Es hat ein Sulfur-Deposits auf dem Boden, und deshalb ist es ein bisschen discolored und eigentlich yellow. So ist das interessant zu sehen, dass das Contrast, für zum Beispiel. Wir machen im Prinzip als Vorbereitung dafür, erfliegen wir Daten in genau den Frequenzen, die die Satelliten dann später auch auf der Venus verwenden werden. Also während des Fluges ist jetzt meine Aufgabe die Steuerung von dem ganzen Radarsystem. Heißt, ich sitze hier mit dem vorderen Teil vom Flugzeug, kamen wir dann aus dem Steuerrechner und damit die Parameter vom Radar einstellt, die verschiedenen Frequenzen, in denen wir Aufnahmen machen wollen und damit im Endeffekt dann die Aufnahmen generieren, mit denen die Kollegen dann am Boden nachher weiterarbeiten können. I'm really excited, I'm really happy, everything worked very well. We take samples, we bring it into our Venus chamber in Berlin, we measure them there. But yeah, how to connect all these data, what do they mean, all that. It's going to be quite a lot of work in front of us now. Vidigium